Musik Erstmals seit 21 Jahren wird ein Verein aus Lachsen wieder im Fußball-Oberhaus präsent sein. Alle 150 Mitglieder von Rasenball-Sport können jetzt beruhigt den Livestream ausmachen, weil ich werde auch nichts dazu sagen. Wir sind da, wir sind sportlich, haben uns für die Kunstjäger qualifiziert und zeigen Woche für Woche, dass wir da auch hingehen. Ich würde mich über jeden anderen Ausklub machen, nicht aber über dieses Marketing-Instrument RB Leipzig. Wir sind da, um Fußball zu spielen. Das darf man einfach bei allem drumherum nicht aus dem Auge verlieren. Werden Sie denn auf den nahen Rasenball gekommen, wenn Sie im Verein gehören würden? Also bitteschön. Musik